Beim Fußball kümmert es keinen, ob du groß, klein, Österreicher oder Ausländer bist. Das einzige, was wirklich zählt, ist, ob du deine volle Leistung gebracht hast und gut mit deinen Teamkollegen zusammengespielt hast. Ob du offen warst für neue Ideen deines Trainers und auch mal in brenzligen Situationen in der Verteidigung mitgeholfen hast. Und genauso sehe ich auch Integrationspolitik, bei der es darum geht, seinen Mitmenschen zu helfen und jedem, egal welcher Herkunft, die Möglichkeit gibst, seine Meinung frei zu äußern und seine Anliegen zu teilen. Es geht darum, Brücken der Verständnis zu bauen, anstatt Mauern der Ignoranz zu ziehen. Dafür stehe ich. Ein harmonisches Zusammenleben kann nur dann angesichert werden, wenn wir einander mit Respekt und Akzeptanz entgegenkommen. Vor allem in einem so kulturreichen Land wie Österreich. Jedes Kind, das in Wien aufwächst, soll die Chance auf Bildung und Sicherheit bekommen. Egal, ob hier geboren oder nicht. Ich hoffe auf eine Zukunft, wo Menschen nicht nach der Farbe ihrer Haut oder dem Religionsbuch auf ihrem Küchentisch beurteilt werden, sondern nach dem Gehalt ihres Charakters. Ich musste schon einmal als Nationalteamspieler für Österreich Verantwortung übernehmen und werde das, wenn es sein muss, noch einmal tun. Mein Name ist Volkan Kahramann und ich kandidiere bei den diesjährigen Nationalratswahlen für die ÖVP.